hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play minecraft hubris ich habe ein bisschen ja eisen gefarmt nicht viel ich finde immer irgendwie ja vier habe ich schon ein bisschen verbraucht zeige ich euch gleich mehr gold als eisen ist irgendwie keine ahnung komisch unsere melone ist gewachsen jetzt erst dann habe ich hier schon mal eine rune vorbereitet für was war das für das hier für die agri dings agri carnation glaube ich habe ich falsch gedrückt die rune of spring genau dies auch gleich fertig oder die ist schon fertig dann habe ich die plattform erweitert ein bisschen umgestellt habe noch mal wir hatten zwei endo flames und wir brauchen insgesamt fünf damit das hier funktioniert also wir schmeißen einfach holz rein holz locks und dann funktioniert das ohne dass welche auf dem boden liegen das einzige problem ist dass ein mana spreader das nicht bewältigen kann weil der zu klein ist oder zu wenig output hat und deswegen habe ich den zweiten hingestellt und die sozusagen geteilt also drei auf den und die zwei auf den mit der man stüren so dann holen wir uns mal schnell ein living rock damit wir die rune haben ach so warum wir so schnell sind genau ich habe schon mal den sojourner sache gemacht der war ja nur hatte zeige ich euch schnell das rezept 4 leder luft drohne eisen erd drohne und waren das stil genau den hammer dann geht es weiter mit dem hier so jetzt brauchen wir rot grün und leim so und so ich nehme ich mit bevor wir dich vergessen und die haben wir glaube schon vorbereitet oder ach nee gar nicht aber die die haben wir schon vorbereitet die grummer die grumm respe Yes professor grau zwei marte Gelb grau nochmal geld kartes und rot und hellgrau und hellgrau und die rune erde luft das erde luft und zwei sind so dass das das schon wieder die hälfte vergessen erde luft melone erde luft dann kann man hier unseren coolen stab benutzen den ich hier rüber gepackt habe glaube ich ja rechtsklick drauf und dann ist wasser drinne durch den gürtel sind wir zu schnell so die kommt jetzt da rein feuer dass das dass das und ein zieht hier haben wir was vergessen was habe ich vergessen ich hoffe das ist eine graue ne das soll eine hellgrau sein hellgrau und noch mal eine hellgraue ok gut gut die hier ja wunderbar dann haben wir die auch endlich durch noch eine steak und open quick ich vermute dass wenn man da auch fünf macht das ist genauso funktioniert wie mit den ende flames muss man überlegen also wir werden noch mehr mana brauchen als wir jetzt produzieren wir haben zu wenig wir brauchen ja für die portale immer zum anmachen glaube ich einen halben einen halben mana pool glaube ich ja und wir produzieren nicht mal einen halben über die ganze zeit die wir hier schon sind also da müssen wir uns noch ein bisschen anstrengen so das kann weg dann schmeißen wir das mal da oben rein ach so genau den regen habe ich auch dafür ausgezogen den magnetring damit uns die kohle nicht immer entgegen fliegt so jetzt waren wir bei der agrika weiß schon grün rot leim dann noch mal zweimal gelb 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 grün rot leim also brauchen wir leim dreimal weil wir davon eins ja dingseln müssen das ähm ich kann mir heute nichts merken ne zweimal gelb gelb und das war es spring haben wir ok rot grün leim und das ist oh oh das könnte zum problem werden ähm wie bonemeal bonemeal das ist glaube ich doch kein problem haben wir noch knochen ja so aber keine schere einmal nochmal hoch dann kann die schon mal weg schiere bitte die hier will ich so kann man die aufladen was macht die ok sehr cool habt ihr es gesehen die schneidet auf range also cool habe ich überhaupt inventar platz nehmen was kann man rausschmeißen ähm das hier erstmal weg so die kommen weg das kommt hier alles rein das habe ich hier mit rein gepackt weil er passt nicht mehr so so ein bisschen steak hier noch meine wolle wunderbar so ein redstone so und so war das ja einfach nur ok so jetzt brauchen wir mal sehen ob ich es mir gemerkt habe rot grün und leim dann brauchten wir hier hier noch zwei hier eins dass das sieht ein seed ein seed hier den und jo perfekt dann haben wir die quest was kriegen wir da fertilizer bonemeal und ein volles mana tab das ist cool das ist cool ein halb volles jetzt ist voll jetzt ist nicht mehr voll also anderthalb sozusagen mal hier hat situs ach das sind die die mobs killen das sind die die schon die dinger produzieren bei denen kriegen wir dann den endertank ok das formell bellthorien rune of mana bellthorien was macht die was macht die bei tjma mal slowly inflix haben es füttert sozusagen Tiere, die brauchen wir noch. Machen wir die jetzt. Die rosa Arcana ist bestimmt teuer. Rosa Arcana. Dünn, fünf, eine Manafe, zwei Pink, ein Lila. Kann alles weg, das auch. Also zwei Pink, ein Lila, Pink. Okay, na Gott sei Dank haben wir den. Reicht mir schon? Bist du dabei? Ja. So, und zwar noch mal zwei Pink, drei Pink, also insgesamt drei Pink haben wir. Zwei Lila und Lime. Hier. So, hier ist noch ein Eisen, haben wir fünf. Wir brauchen fünf und eine Ende Perle. So, ähm, eins, zwei, drei, vier, du, dann eins, zwei, eins. So, der Start. Erstmal müssen wir das und das. Genau. Dann Living Rub schon mal. Das können wir schon mal reinschmeißen. Du, 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 eins, zwei, du. Und die Rune, wa? Ja. Das geht ganz schön schnell hier, da. So. So. Natürlich nen Seed. Ups. Ka-ching. Gut, ähm, das haben wir alles. Die Daff-O-Mill. Was macht die? Daff-O-Mill. Werks ist Fan? Ah, okay, also. Also, das ist wie ein Fan. Hier ein Ventilator-Dings ist schon. Ähm, das heißt, man kann... Ähm, eine Mob-Farm machen. Das Problem ist, wir haben zu wenig Viecher. Wir machen das. Ich lass mir da was einfallen und dann... Gucken wir mal. Wir packen das erstmal weg. Ähm... Ja, du auch. Du kommst hier mit rein. Der Rest kommt hier hoch. Du, du. Ne. Das. Den packen wir auch mit hier rein. So. Dann gucken wir mal. Ähm, also, ich werd nochmal losgehen. Eisen besorgen, damit wir die Dinger hier fertig kriegen. Die vier. Äh, die müssen wir auch fertig machen. Ich weiß nicht, funktionieren die jetzt eigentlich wieder? Taint-Histel? Histel? Wartet mal. Taint. Wartet. Wo bist du? Hier. Bluff-Bone. Okay. Mana Infusion. Ja, das ist schon klar. Was war denn das für einer? Was bist du? Bobel. Okay. Ne, irgendwie, also, keine Ahnung. Ist das verpackt? Muss noch mal gucken, wie das funktioniert. Ähm, Video auf 3. Ähm, ich verzeigen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin. Tschüss.